Gehen Sie noch selbst tanken? Wissen Sie, wo so der Benzinpreis super zum Beispiel... Ich gehe nicht selbst tanken. Ich darf nämlich in Wahrheit gar nicht, oder ich darf schon, aber ich legte mich nach der Empfehlung aus Sicherheitsgründen, nicht selbst mein Auto zu fahren. Und das ist auch eines, das ich auch nur schwer bewegen könnte, weil es auch ganz besonders schwer ist. Aber wissen Sie ungefähr, wo der Benzinpreis hier in Berlin... Ich weiß nicht ganz konkret immer, wo die Benzinpreise sind, weil ich ja nicht jeden Tag darauf gucke. Und ich habe ja auch ein ganz ordentliches Einkommen, deshalb gehöre ich ja nicht zu den Leuten, die jetzt immer auf den letzten... die also ganz genau bei jedem Preis hingucken. Also da könnte ich Ihnen auch nicht viele Preise konkret sagen.